LeFloid ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Ist mir persönlich sehr sympathisch. Ich meine, ich bin ja in dieser YouTuber-Szene total drin und da habe ich ihn auch schon 2010, 2011, 2012 und dieses Jahr getroffen. Und geht ja auch voll ab mit seinen LeNews, ne? Aber ist ein sehr sympathischer Typ. Hallo Flo!